Danke dir, Stefan. Ja, ganz herzlichen Dank für die freundliche Einführung. Es freut mich sehr, hier zu sein. Ein bisschen habe ich mich erinnert gefühlt bei der Einleitung, auch bei der Einladung zu dieser Veranstaltung, in diesem Film. Und täglich grüßt das Murmeltier. Und wenn ich mir die Diskussion über Holacracy oder über agile Organisation anschaue, dann ist es vielleicht nicht täglich das Murmeltier, was neu kommt, sondern vielleicht jahrzehntlich die gleiche Management-Mode, die unter neuen Begrifflichkeiten durch die Unternehmen und Verwaltungen, Universitäten und Krankenhäuser genial wird. Aus meiner Sicht ist das bei Holacracy und agile Organisation der Fall. Also aus meiner Sicht ist es eine Management-Mode, mit der wir es zu tun haben. Ich werde auch nachher dazu sagen, dass ich Management-Mode kein Schimpfwort finde, sondern glaube, dass man da auch positive Effekte rausziehen kann. Aber ich glaube, dass ganz vieles von dem, was wir beobachten können, eigentlich alte Phänomene sind. Das ist so, alle 10, 15 Jahre gibt es diese Diskussion überhaupt auf den Hierarchien, Entformalisierung, Auflösung von Abteilungsgrenzen. Und ich mache das bei den Büchern. Ich glaube, dieses Affenbuch, wenn die Affenanzurregierungen ist, ist jetzt 25 oder 30 Jahre alt. Ich mache da immer mit Copy und Paste, ersetze immer den alten Begriff. Das war damals postbürokratische Organisation durch die jeweils nächsten. New Economy war das vor 10 oder 15 Jahren. Und jetzt muss ich halt Holocracy. Also früher war es Sintiokratie, jetzt ist Holocracy. Es ändert überhaupt nichts an der Argumentation, sondern es ist mehr oder minder genau das gleiche Phänomen. Und das, wie ich mit einschätze, ist, dass wir mit Bezug auf Holocracy und agile Organisationen eben mit einer Management-Mode zu tun haben, die gerade am Höhepunkt ist. Ich erkenne das bei meinen Kollegen bei Metaplan immer daran, dass eine Firma, die eigentlich extrem moderesistent ist, anfängt, etwas unruhig zu werden, angesichts bestimmter Begrifflichkeiten, die gerade gepusht werden. Da denke ich mir, okay, jetzt ist eine Management-Mode gerade am Höhepunkt. Man merkt aber auch, dass der Höhepunkt eigentlich schon überschritten ist. Also man hört die ersten kritischen Äußerungen zu agiler Organisation und auch zur Holocracy. Und man weiß ziemlich genau, wie es weitergehen wird. Es wird dann irgendwann die ersten Berichte in den Massenmedien geben, wo gesagt wird, das ist alles gar nicht so einfach, wie das ursprünglich mal versprochen worden ist. Da gibt es die Promotoren dieser Motore, die sagen, naja, aber der macht es ja auch falsch. Da gibt es so Studien, wo gesagt wird, zwei Drittel oder drei Drittel der Holocracy oder agilen Organisationsprojekte scheitern. Da wird gesagt, wie man es eigentlich richtig machen muss. Das ist so der letzte Wiederbelebungsversuch einer Management-Mode. Und irgendwann stellt man fest, die Mode ist tot, es kommt das nächste heiße Ding, was promotet wird, und dann geht das wieder von vorne los. Und was ich interessant finde, ist, wie solche Management-Mode eigentlich aufgebaut werden oder wie die eigentlich gemacht werden. Das eine ist, und das ist ganz typisch jetzt auch in der Diskussion über Holocracy oder gerade auch über agile Organisation, dass ein an sich sinnvolles Management-Konzept genommen wird. Das ist in der Form der agilen Organisation diese Idee gewesen, dass man nicht mehr Masterplägen über drei, vier Jahre macht, sondern eher von Woche zu Woche kurzzyklische Planung einzieht und dass dann nicht gesagt wird, damit machen wir jetzt die Programmierung unserer Software zukünftig und haben nicht mehr eben dieses Wasserfallsystem, wo über zwei, drei Jahre irgendetwas geplant wird, sondern eben kurzzyklische Anliegungsweise, ein altes Prinzip, Inkrementalismus hat man in den 1960er Jahren dazu gesagt, es wird eben dieses Prinzip genommen und nicht bezogen auf einzelne Arbeitsbereiche, sondern gesagt, die gesamte Organisation soll damit restrukturiert werden. Also nicht mehr nur agiles Programmieren, sondern agiler Organisation. Und das ist ein Prinzip, was man kennt von ganz vielen Management-Moden. Denken Sie an Management by Objectives, also bestimmte Zielvorgaben, die erreicht werden sollen. Eigentlich erst mal ein simples Management-Prinzip, was auch punktuell Sinn macht, wo aber dann die Vorstellung ist, die ganze Organisation kann über solche Zielvorgaben letztlich geführt werden. Oder die Älteren von Ihnen werden sich vielleicht daran erinnern, der Heiko-Unternehmenskultur in den 1980er Jahren, Peters Waterman, das war damals das ganz große Buch, ich glaube immer noch das am besten verkaufteste Management-Buch aller Zeiten, sechs, sieben Millionen verkaufte Auflager, so träumt man immer nur. Aber die Idee zu sagen, Unternehmenskultur ist nicht nur wichtig, sondern Unternehmenskultur ist das Ein und Alles. Erfolg hängt von der Kultur einer Organisation auf. Auch da wird ein Prinzip verabsolutiert. Und dann braucht man ein bisschen Beigeschmack bei den Management-Moden, wenn sie gepusht werden. Man braucht eine radikale Veränderung von Gesellschaft, die erfordert, dass neue Management-Prinzipien notwendig sind. Auch das kann man über Jahrzehnte ganz gut nachvollziehen, wie sowas gemacht wird. Man setzt entweder auf technische Veränderungen, wo gesagt wird, die haben so revolutionäre technische Veränderungen, dass wir neue Management-Prinzipien brauchen. In den 80er Jahren war das Robotik, dann gab es irgendwie das Internet in den 2000er Jahren und jetzt ist es halt Digitalisierung. Sie alle kennen den Heim, Digitalisierung, der gemacht wird. Das ist eine Dramatisierung der gesellschaftlichen Veränderungen, wo man sehr wohl fragen kann, was sind eigentlich die strukturellen, so grundlegenden Veränderungen, die dazu führen, dass wir neue Organisationen brauchen. Und meistens gibt es dann auch einen Verweis auf marktliche Veränderungen. In den 80er Jahren war das die Gefahr Japan, die ist jetzt nicht mehr so groß. Japan ist jetzt halt China. Gleiches Prinzip, wie man eine Management-Mode positioniert. Und dann wird gesagt, weil die gesellschaftlichen Veränderungen so stark sind, brauchen wir revolutionär andere Organisationen. Ich habe nur mal die Begrifflichkeiten rausgeschrieben, mit denen das in den 1980er Jahren propagiert worden ist. Das war die Rede von einer Notwendigkeit, einer Revolution, von echten Revolutionen, von der Kulturrevolution. Die Bücher hießen Regieanweisung für Revolutionäre, das Manifest für Business-Revolutions, Handbücher für eine Management-Revolution. Das ist halt die Begrifflichkeit, mit der eine Management-Mode gepusht wird. Das Problem ist, dass der Revolutionsbegriff irgendwann ausgegangen ist, weil er ist einfach übernutzt gewesen. Und jetzt sagt man halt Disruption. Also es ist die Rede von Chief Disruption Officers, es gibt den Disruptor des Jahres, Kongresse bezeichnen sich inzwischen mit solchen Titeln wie Disruption Potentials, Beratungsfirmen, ich hoffe jetzt nicht Fahler, nennt sich Disruption Consultancy. Also die Begrifflichkeit wird ausgetauscht, aber es wird auch hier wieder so geredet, es wird alles grundlegend anders. Naja, und dann braucht man, um eine Management-Mode perfekt zu machen, eben noch die Vorreiterorganisation. Also man muss ins Storytelling gehen und das ist dann meistens irgendwie, meistens immer noch ein Mann, aber manchmal auch eine Frau, die irgendwie revolutionär eine neue Organisation gründet. Das ist die Personalisierung, die man braucht. Und dann wird das darüber, dann wird eine Geschichte erzählt, dass dieses Prinzip auch funktionieren kann. Das Spannende ist, dass es denn so Copy-and-Paste-Prozesse gibt. Also die immer gleichen Unternehmen werden genannt. Ich kenne das noch aus den Diskussionen in den 1990er Jahren, wo ich immer mit der These gekommen bin, und gesagt habe, für Kleinstorganisationen funktionieren diese ganzen Hierarchieabbau natürlich, weil man braucht bei sechs Personen nicht unbedingt eine dreistufige Hierarchie, aber wo sind die große Organisationen? Und dann wurde immer das gleiche Unternehmen genannt, Semco damals, ein brasilianisches Unternehmen. Jetzt ist es, glaube ich, Zappbus, also ein Unternehmen, was genauso monoton genannt wird, wenn nach einer Großorganisation gefragt wird. Und das Interessante ist, niemand kennt diese Organisation wirklich von innen. Also wenn man den nachfragt und sagt, wie sieht das eigentlich so aus, wenn man Glück hat, ist jemand mal zwei Stunden da gewesen auf der Führung, aber niemand hat sich die genauer angeguckt. Insofern kann man sagen, das sind gut erzählte Geschichten, das sind Mythen, die da gepflegt werden, aber wenn man genauer hinguckt, hat das in der Regel sehr wenig mit dem zu tun, was auf der Schauseite dieser Organisation eigentlich abläuft. Was ich jetzt sagen möchte, ist, dass, wenn Sie sich diese Management-Booten angucken, aus meiner Sicht ist Holacracy und agiler Organisation nichts anderes, dann ist die Konstruktionsweise eigentlich immer die gleiche. Es geht um drei Prinzipien. Das eine ist, es wird gesagt, wir brauchen die klassischen Hierarchien nicht mehr. Also Hierarchie als Modell, ein spezifisches Modell der Führung ist überkommen. Wir wollen Hierarchien abbauen oder abschaffen. Erstes Prinzip. Das zweite Prinzip, wir müssen die Silos loswerden, die sich in verschiedenen Abteilungen ausgebildet haben. Wir müssen Abteilungen auflösen, wir müssen mehr Kooperationen über Abteilungsgrenzen herstellen. Zweites Prinzip. Und das dritte Prinzip ist die Auflösung von formalen Strukturen. Also wir müssen von Regelwerk, Wektoren und Stärke auf Kultur setzen. Wir müssen gucken, welchen Prinzipien sich im Alltagsbetrieb immer wieder neu bewähren. Und wenn man sich anguckt, was da eigentlich stattfindet, dann ist das eine Reaktivierung einer ganz, ganz alten Management-Idee, die da stattfindet. Es gibt ein Zitat von Peter F. Drucker, aus meiner Sicht immer noch, finde ich, einen der innovativsten Management-Denker. Der hat gesagt, alles, was wir heutzutage im Management sehen, ist eigentlich im Zeitraum von 1910 bis 1920 schon da gewesen. Also, Every single one of the great themes of management is struck. And almost everything that we have done since then, in theory as well as in practice, is only a variation and extension of the themes first heard during that decade. Also alles, 1920, weiter einmal in Stuttgart, gab es die ersten Ideen, wie man teilautonome Gruppenarbeit ohne Vorarbeiter einführen kann. 1950, 1940, 1950, die Einführung von Informalität durch die sogenannte Human Relations Schule, wo gesagt wurde, wir müssen darauf achten, wie die Leute eigentlich kulturell stärker zusammenwirken. Das hieß damals nicht Kultur, sondern Informalität, aber ganz genau das gleiche Konzept. Zu sagen, wir müssen weg von der Formalstruktur, stärker informalisieren, gucken, wie die Informalität einer Organisation aussieht. Dann die großen Programme in den 1970er Jahren, das war so ein Nachtklapp der 68er Bewegung, Humanisierung der Arbeitswelt. Eigentlich in allen europäischen Staaten eine wichtige Sache. Dann kam 1990 Lean Management, jetzt so langsam werden sich die Ersten erinnern, nicht unbedingt Abflachung von Hierarchie und Informalisierung, aber man merkte, wie der Diskurs über Entchirarchisierung und Entformalisierung sich an diesem Lean Management Diskurs herangehängt hat. 2000 New Economy, diese ganzen Internet Startups. Ich finde mich immer noch faszinierend, wie diese Unternehmen mit 10, 15 Mitarbeitern vom Großkonzern eingeladen worden sind, um denen mal zu erzählen, wie die sich eigentlich strukturieren sollen. Und interessanterweise auf dem Höhepunkt der New Economy Ende der 90er Jahre ja die Manager, die teilweise 20, 30.000 Leute geführt haben, so einem Internet Startup-Gründer hochinteressiert zugehört haben und gedacht haben, sie können zukünftig Daimler oder Bayer oder irgendein anderes Großunternehmen so organisieren wie ein Internet Startup. Ja ja, und dann New Economy, da gab es ja den diesen Börsenkrebs, der dazu geführt hat, dass das auch als Organisationsmodell eingegangen ist. Denn gibt es jetzt eben in den letzten 5, 6 Jahren Remobilisiert, Agilität, Holacracy, Reinventing Organisations. Der Vorteil, wenn man erst mal erkennt, dass die Prinzipien eigentlich, wir können gerne nachher drüber reden, ob die Prinzipien wirklich so ähnlich sind, ich bin gespannt, ob Sie irgendetwas nennen können, was als Strukturprinzip völlig neu ist. Wenn man sich anguckt, dass das alles schon mal da gewesen ist, weiß man eben sehr genau, welche Probleme Organisationen haben, die auf einen Abbau von Hierarchie setzen, die auf eine Auflösung von Abteilungsgrenzen setzen und die auf Endformalisierung setzen. Und ich möchte nur zwei Beispiele nennen, vielleicht können wir in der Diskussion noch etwas genauer darauf eingehen. Das eine, was häufig überschätzt wird, ist, dass in diesen postbürokratischen Organisationen die Machtkämpfe nicht weniger, sondern mehr werden. Hierarchie ist ein gelungenes Prinzip, um Machtkämpfe zu reduzieren. Erstmal zu reduzieren, weil man mit Verweis auf die eigene hierarchische Stellung Machtkonflikte reduzieren, teilweise auch beenden kann. Ich bin die Chefin hier, ich sage, wo es längst geht, beendet eine Diskussion. Das ist der Effekt. Der Effekt davon ist, dass die Machtkämpfe in solchen Organisationen geringer werden. Ob das gut oder schlecht ist, kann man diskutieren, aber das ist erstmal ein Punkt, den man beobachten kann. Da muss man auch nicht besonders originell für sein, weil wir haben ja viele Vorbilder von Organisationen, die sehr weitgehend auf Hierarchien verzichten. Gehen Sie in eine klassische Partei oder in eine politische Basisorganisation und gucken Sie sich da mal die Machtkämpfe an. Da wünschen Sie sich manchmal einen Konzern zurück. Und zwar deswegen, weil es eben in politischen Organisationen in der Regel nicht die gleiche Form von Hierarchie gibt, mit der solche Machtkämpfe abgebremst werden kann. Ein Beispiel. Das zweite Beispiel ist das sogenannte Komplexitätsproblem. In dem Moment, wo Sie Formalstrukturen zurücknehmen, nimmt die Komplexität von Organisationen enorm zu. Es ist ein falscher Gedanke gewesen, zu glauben, dass Komplexität mit der Vielzahl von Regeln zu tun hat. Nein. Wenn man auf Regeln verzichtet, ist ja erstmal die Variationsmöglichkeit, wie man arbeiten kann, deutlich höher. Das heißt, man hat sofort einen Effekt, dass die Komplexität bei einem Zurücknehmen von Hierarchie oder von Formalstruktur enorm anwechselt in der Organisation. Auch das muss erstmal nicht negativ sein, aber man kann ihn sehr genau beobachten, wie diese postbürokratischen oder agilen oder holokratischen Organisationen anfangen an der Komplexität zu leiden. Und man sich dann darüber unterhält, was für Regelprozesse brauchen wir mal, können wir die nicht auch mal aufschreiben, kann das nicht auch mal mitgliedschaftsbedingungen werden, müssen wir die eigentlich täglich ändern, kann ich auch irgendwas mal stabil sein. Das heißt, es gibt Reaktionen auf dieses Komplexitätsproblem, was dann besteht, eben wieder zurückzugehen in hierarchische, formalistische Strukturen. Also, wir haben es eben mit ganz klassischen Problemen zu tun, die sich diese vermeintlich neuen postbürokratischen Organisationen einhaben. Auch da bin ich gar nicht fair für eine hierarchische oder nicht hierarchische formalisierten oder nicht formalisierten Organisation, sondern ich bin der Meinung, dass man bei aller Management Mode, die man gerade hat, eben sehr systematisch gucken muss, gerade wenn man solche Organisationen einführt oder die Beratung bei der Einführung übernimmt, was die negativen oder problematischen Effekte dieser neuen Organisationsformen sind. Wenn ich jetzt zurückspringe und sage, ja, was findet da eigentlich jetzt in dem Moment gerade statt, wenn ich das jetzt von außen betrachte, dann guckt man sich, wenn man sich so diese klassischen Bücher anschaut, dann sind das eigentlich immer alles so Fortschrittsmodelle. Also, wenn man diesen Lagun nimmt, Reinventing Organisations, dann sind das Fortschrittsmodelle, die darauf aufbauen, zu sagen, naja, ganz früher, das war das Wolfsrudel. Dann kam irgendwann das Modell der Armee, egal ob man jetzt die Schweiz oder die deutsche Armee nimmt, dann kam irgendwann das Maschinenmodell als Vorbild, dann gab es diese Planstrukturen und Familien und jetzt sind wir in einem fortschrittlichsten System angekommen, nämlich das Netzwerk aus sich selbst organisierenden Elementen. Oder wenn Sie sich das Modell der Führungsrollen angucken, dann ist das alte Modell, was denn dargestellt wird, das Modell des Big Bosses mit strikter Hierarchie und der Entscheidung von Einzelpersonen, dann gibt es irgendwann als weiteren Fortschritt das beidseitige Führungsmodell, wo der Top-Down-Führung kombiniert wird mit geteilter Führung, dann gibt es irgendwann das Modell der demokratischen Führung, wo die Mitarbeiter ihre Chefs selbst wählen können und dann so als Höhepunkt gibt es dann irgendwann die Führerlose Organisation oder die Hierarchielose Organisation, wo Führung eigentlich mehr oder minder permanent fluktuiert. Und man erkennt, also wenn Sie das so grafisch sehen, erkennt man das Vorbild dafür, wonach dieses Fortschrittsmodell gebaut wird, das ist dieses Bild von der Entwicklung des Menschen. Weil Homo habilis fängt das dann an, dann gibt es den Homo erectus und Sie sehen dann auf den Bildern, wie sich der Mensch immer weiter aufrichtet, der Neandertaler und irgendwann steht der Homo sapiens. Und das wird dann so als Krönung der Schöpfung dargestellt. So ähnlich werden Organisationsmodelle auch gebaut. Das ist für den Management-Mode auch ganz wichtig, weil ja das Problem von jeder Management-Mode ist, dass sie den alten Managern erst mal suggeriert, ihr habt da früher was falsch gemacht. Warum habt ihr denn eigentlich nicht vorher Holacracy oder Agile Organisation eingeführt? Das ist natürlich schon irgendwie eine berechtigte Frage. Wenn man denn aber sagt, hört zu, das ist alles ein Fortschrittsmodell, für eure Zeit war das damals alles richtig, auch der Neandertaler war in seiner Zeit der richtige Mensch, dann kann man ganz gut beruhigt Homo sapiens waren. Oder wenn man eben so eine geteilte Führung gehabt hat, vor 10 oder 15 Jahren kann man sagen, dass für die vor-digitales Zeitalter war das alles in Ordnung, macht euch keine Gedanken, ihr habt nichts falsch gemacht, aber jetzt, Digitalisierung, führungslose Organisation ist jetzt angesagt. Also dieses Fortschrittsmodell beruhigt letztlich die Führungskräfte, wenn so eine Management-Mode propagiert wird. Aus meiner Sicht, und jetzt kommt quasi aus einer organisationssoziologischen Perspektive die Gegenposition zu diesem Führungsmodell oder zu diesem Fortschrittsmodell, haben wir es nicht, haben wir es nicht mit einem Fortschrittsmodell zu tun, sondern mit einem Hin- und Her-Pennel zwischen unterschiedlichen, aber jeweils sinnvollen Management-Prinzipien. Man sieht, wie das in Organisationen, egal ob sie Unternehmen, Verwaltung, Krankenhäuser, Ministerien nehmen, immer ein Hin- und Herschwanken inzwischen Prinzipien. Nehmen Sie Zentralisierung und Dezentralisierung. Also Metaplan hat, glaube ich, über die letzten 40, 50 Jahre, etliche Unternehmen begleitet, die von Dezentral auf Zentral, dann wieder auf Dezentral und wieder auf Zentral gegangen sind, immer in dem verzweifelten Versuch, irgendwie ein Verhältnis zu finden, was jetzt gerade angepasst ist. Oder nehmen Sie Insourcing oder Outsourcing, also die Frage, glieder ich was aus oder glieder ich was ein, sieht man genau die gleichen Prinzipien. Wenn Sie sich die Geschichte von Unternehmen angucken, dann sehen Sie, wie die über 30, 40 Jahre immer mal wieder ausgegliedert haben, dann kaufen Sie wieder rein, gliedern Sie wieder aus und dann kann man sagen, ja, es ist auch nachvollziehbar, weil es gibt nicht die einmal für alle Zeiten richtigen Organisationsprinzipien. Man kann sogar sagen, es gibt noch nicht mal für die jetzige Zeit das richtige Organisationsprinzip, sondern jedes Organisationsprinzip bringt jeweils Kosten für sich mit. Und diese Kosten werden irgendwann so prominent in der Organisation, dass man dann wieder zurück switcht. Wenn man erst mal die Erfahrung von Dezentralisierung gemacht hat, zum Beispiel feststellt, oh, wir sind gar nicht mehr in der Lage, alle Ressourcen zu bündeln und eine Sprunginnovation zu machen, dann geht man wieder auf Zentralisierung und stellt fest, shit, Zentralisierung, da geht uns jetzt die Initiative der einzelnen Leute wieder verloren. Geht man wieder auf Dezentralisierung, stellt fest, ah, wir müssen wieder Ressourcen bündeln und geht wieder auf Zentralisierung. Das heißt, wir haben es nicht mit einem Fortschrittsmodell bei Organisation zu tun, sondern bei einem Hin- und Her-Panel zwischen verschiedenen, jeweils auf ihre eigene Art, sinnvollen Organisationsprinzipien. Jetzt ist bloß das Problem, dass man als Manager oder als Managerin ja nicht seinen Mitarbeitern sagen kann, ach, hör zu, vor fünf Jahren, da habe ich mich geirrt. Das war jetzt doch nicht so eine gute Idee mit der Zentralisierung oder dem Outsourcing. Wir machen jetzt wieder das Gegenteil. Und das ist der Grund, weswegen die Reorganisation in der Regel über neue Begrifflichkeiten läuft, wo aber faktisch alte Prinzipien wieder eingeführt werden. Das ist der Grund, weswegen vielleicht auch für Werbeagenturen dieses Change-Management-Geschäft so interessant ist. Weil es gibt eine permanente Erfindung von neuen Begrifflichkeiten, die man nutzen kann, um bestimmte Veränderungsprozesse anzustützen. Also ich habe nur mal ein paar aufgeschrieben, die so in den letzten Jahren dagewesen ein intelligentes Unternehmen, lernende Organisation, wissensgenerierte Unternehmen, zentrumslose Corporation, vielzähliges Unternehmen, soziokratisches Unternehmen, holokratisches Unternehmen, agile Organisation und so weiter und so fort. Das sind Begrifflichkeiten in den letzten 20, 30 Jahren, wo man merkt, man sucht nach Begrifflichkeiten, mit denen man altbekannte Prinzipien neu in die Organisation reinwischen kann. Jetzt gibt es eine Einschränkung, das ist jetzt schon fast mein vorletzter Gedanke. Es gibt eine Einschränkung, die man jetzt noch machen kann, dass man nämlich bestimmte Management-Prinzipien, die sehr wohl Sinn machen, wenn man es von außen betrachtet, nicht ohne weiteres offensiv ausflanken kann. Also stellen Sie sich als eine Organisation, die jetzt gerade Volokrasie eingeführt hat oder gerade enthierarchisiert hat, vor, die jetzt sagt, ach, Hierarchie ist doch ein gutes Prinzip, führe ich wieder ein. Wir werden jetzt eine richtig stark hierarchische Organisation. Oder stellen Sie sich eine Organisation vor, die sagt, nein, diese ganzen Kulturprozesse hat es doch nicht gebracht. Formale Regeln, das ist unser neues Prinzip. Je dicker die Procedures sind, die wir bei uns im Unternehmen haben, desto besser ist es. Es lässt sich sehr schwer darstellen. Deswegen gibt es den Backlash-Ding, das Zurückgehen von bestimmten Management-Prinzipien, häufig eben nicht als eine offensiv vertretene Methode, sondern eher unterschwellig. Also ich hatte eine gewisse Freude als Wissenschaftler entwickelt, ich nenne das so postbürokratische Ruinen mir anzugucken. Organisationen, die mal in den Massenmedien gehypt worden sind, die muss man sich aufschreiben und dann drei, vier Jahre später fragen, ob man mal vorbeikommen darf. Und dann sieht man interessanterweise bei diesen Organisationen ganz häufig die Rücknahme von vielen Prinzipien, für die sie ursprünglich mal bekannt geworden sind. Das ist manchmal sehr skurril. Ich habe das mal intensiv für das Buch Sisyphus und Management gemacht, da habe ich mir ganz systematisch die ganzen Vorreiterorganisationen rausgegriffen, die für Ent-Hierarchisierung, Ent-Formalisierung, Dezentralisierung gestanden haben und bin hingefahren. Zwei Jahre später und habe mir die angeguckt und dann kriegt man als erstes so eine PowerPoint-Präsentation, wo drin steht, so sieht das bei uns aus. Alles ganz wunderbar, fast identisch wie die Artikel, die man in den Wirtschaftsmedien liest. Naja, und dann darf man eben nach zwei Stunden nicht gehen, sondern muss bleiben. Und dann bricht irgendwann diese Schauseite zusammen und man sieht, nee, es hat genau diese völlig nachvollziehbare Gegenentwicklung gegeben, die in der Organisation aber nur schwer zu kommunizieren ist, weil man ja bekannt und berühmt geworden ist für das Prinzip, was man eingeführt hat. Das heißt, Sie haben es dann letztlich so mit, also ich habe dann teilweise so teilautonome Gruppenarbeitsrugien gesehen, wo die Gruppen, offiziell noch Gruppen, die hießen auch noch die Stille da hin, aber faktisch die Fließbandfertigung wieder eingeführt worden ist. Das sah man dann relativ schnell. Dann musste man halt eben zweimal nachfragen, und sagen, also ich bin jetzt kein Produktionsexperte, aber das ist doch gerade eine Fließbandproduktion, das ist doch keine Teilautonome Gruppenarbeit. Und dann irgendwann merkt man, ja, ja. Und ich mache dem Unternehmen überhaupt keinen Vorwurf daraus, aber das ist quasi die Kosten, die man sich einhandelt, wenn man mit einem bestimmten Managementprinzip zu prominent geworden ist, dass man sehr schwer da wieder runterkommen kann. Also, es gibt nicht das Fortschrittsmodell in Bezug auf Organisation, sondern es gibt viel mehr jeweils entgegengesetzte, auch jeweils sinnvolle Organisationsprinzipien, zwischen denen sich Organisationen entscheiden, und wo sie versuchen, irgendwo eine Positionierung zu finden. Hier aber dann eben jedes Mal wieder negative Effekte mit sich bringt, auf die man dann wiederum reagiert. Das klang jetzt vielleicht so, als wenn ich Managementmoden negativ beurteile. Das tue ich nicht. Ich finde, ich finde, dass man gerade als Changemanager, als Berater muss man sich überlegen, wie kann man solche Managementmoden nutzen, um bestimmte Effekte zu erzielen. Also, wo macht es Sinn, die Welle eine Zeit lang mitzureiten, vielleicht, weil man darüber bestimmte Impulse in Organisationen setzen kann. Man darf bloß nicht dran glauben. Herzlichen Dank. Applaus